In diesem Video geht's um verschiedene Mittelchen, um Ölfarben zu verdünnen. Äh… Moment mal, fast 22 Minuten Beitrag zu verdünnern für Ölfarben? Nein, natürlich nicht! Die Infos zu den Verdünnern umfassen nur ein paar Minuten, aber dieses Video hat leider einen Hintergrund und die Erklärungen dazu im zweiten Teil dieses Beitrags dauern schon ein wenig länger. Wer möchte, braucht die natürlich nicht gucken oder kann dank der Kapitelmarkierung auch direkt dorthin springen. In jedem Fall erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS! Ölfarben werden im Tabletop-Hobby zurecht immer beliebter, denn für Verwitterungen und als Wash bieten sie viele Vorteile. Dank z.B. nicht vorhandener Oberflächenspannung fließen sie selbstständig in jede noch so kleine Ritze, außerdem lassen sich Ölfarben auch noch nach 1-2 Tagen reaktivieren, um entweder Malfehler zu korrigieren oder Verwitterungsschlieren zu erzeugen. Mehr zu Ölfarben erfahrt ihr im oben verlinkten TWS-Video. Um Ölfarben aus Tuben fürs Tabletop-Hobby gebrauchsfertig zu machen, wird ein Verdünner benötigt – und zwar Terpentin-Ersatz oder kurz Terpentin. Das Zeug gibt's günstig in Baumärkten, allerdings riecht es spürbar. Hochwertig hergestelltes Terpentin heißt dann z.B. White Spirit und riecht deutlich weniger oder sogar überhaupt nicht. Allerdings kosten solche Verdünner dann natürlich mehr, z.B. rund 10 Euro für 200 ml. Aber nur weil etwas nicht riecht, heißt das nicht, dass es nicht verdunstet bzw. sich verflüchtigt. Denn – und das muss man klar sagen – jeglicher Terpentin-Ersatz, egal ob billig oder teuer, hat nicht umsonst Sicherheitshinweise und Gesundheitswarnung aufgedruckt. Klar, das haben andere Produkte auch und jeder soll natürlich selbst entscheiden, welchen Stoffen er sich aussetzt. Ich persönlich sorge beim Einsatz von Ölfarben immer für eine extrem gute Belüftung meines Bastelraums und stelle fertige Modelle erstmal nach draußen. Denn selbst wenn dank eines hochwertigen Verdünners nichts riecht, das Zeug ist trotzdem in der Luft. Habt also bitte beim Gebrauch von Ölfarben den nötigen Respekt vor Terpentin bzw. Verdünnern. Und schenkt den Sicherheitshinweisen die nötige Beachtung, um Euch und Eure Familie – inklusive Haustieren – vor den Dämpfen zu schützen. Und sollten Ölfarben wegen der Gesundheitsgefahren für Euch nicht in Frage kommen, nehmt einfach weiterhin Farben und Washes auf Acrylbasis. Auch dazu findet Ihr oben ein verlinktes TWS-Video. Das war's auch schon zum Thema Verdünner für Ölfarben. Das Warum und Wieso zu diesem Beitrag seht Ihr gleich nach dem Abspann. Und falls Euch das nicht interessiert, sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann! Wie am Anfang dieses Videos erwähnt, gibt es einen Grund, dass ich Euch ganz explizit die verschiedenen Verdünner für Ölfarben vorstellen und dabei auf die gesundheitsschädlichen Eigenschaften eingehen wollte. Meine Erklärungen zum Warum und Wieso werden nun einige Minuten dauern, denn ich muss hier und da etwas ausholen. Erstmal ein Disclaimer vorweg, ich werde gleich verschiedene Screenshots aus Facebook-Gruppen, Kommentarbereichen und Chatverläufen zeigen, auf denen manche Passagen unleserlich sind. Auch an mich verschickte SMS und Sprachnachrichten werde ich nur erwähnen, aber Euch nicht vorspielen. Das hat mit dem Persönlichkeitsrecht des jeweiligen Verfassers zu tun, denn ich darf keine privat geschriebenen oder vom Verfasser gelöschten Dinge ohne seine Zustimmung veröffentlichen. Meine Aussagen und Postings sind aber jeweils ungekürzt und unverfälscht für Euch zu lesen. Und noch was, ich bin mit alledem auch schon mal bei einem Anwalt gewesen, aber seiner Einschätzung nach reicht das bisherige Material nicht aus, um juristisch aktiv zu werden. Aber worum geht es denn nun eigentlich? Nun, im Februar diesen Jahres griff Stascha Sprenz vom Tabletop Basement mein Tutorial zu Acrylwashes auf. Heute zeigen wir Euch mal, wie man ein super günstiges Wash herstellen kann. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Das Thema ist eigentlich schon seit ein paar Jahren immer mal da. Genau, verschiedene YouTuber hatten in der Vergangenheit ihre Rezepte für Acrylwashes vorgestellt, zwei davon hatte ich auch in meinem Video ausdrücklich erwähnt. Aber um diese YouTuber ging es Sascha gar nicht. Da bin ich neulich mal bei einem deutschsprachigen YouTube-Kanal hängen geblieben und habe mir das tatsächlich mal angeschaut und dachte mir so, hm, das ist eigentlich ganz schön Quatsch, was er erzählt. Es ging Sascha rein um mein Video und mein Fazit, dass man mit Komponenten von etwa 20 Euro mindestens einen halben Liter Acrylwash anmischen kann. Aber sagen wir mal, diese zwei Bestandteile kosten uns 20 Euro und wir bekommen damit so circa einen halben, dreiviertel Liter Wash gezaubert. Ja, okay, kann man machen. Aber warum nimmt man denn keine Ölfarbe? Sascha rechnete dann vor, dass Washes aus Ölfarben deutlich günstiger sind. Und wir haben eine extreme Preisersparnis. Also sieben Euro für einen Liter Wash ist natürlich eine Ansage. Nur rund sieben Euro für einen Liter Ölfarben-Wash aus einer Tube Ölfarbe und einem Liter Terpentin als Verdünner ist natürlich korrekt, vor allem wenn man günstiges Terpentin kauft. Ja, das heißt also, Ölwash ist definitiv noch viel, 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 viel günstiger als ein Acrylwash. Dass es aber in meinem Video und auch in denen anderer YouTuber um Acrylwashes und nicht um Ölfarben-Washes ging und somit ein wenig Äpfel mit Birnen verglichen wurden. Naja, egal. Entscheidend waren für mich folgende Aussagen Saschas. Viele sagen immer so, ne Ölfarbe ist überhaupt nicht meins. Daher jetzt die Frage an euch, warum ist es nicht euers? Ist es tatsächlich wegen dem hier, Terpentinersatz, weil es vielleicht zu doll riecht, weil es giftig ist, weil die Dämpfe vielleicht giftig sind. Moment, noch mal und etwas lauter. Wegen dem hier, Terpentinersatz, weil es vielleicht zu doll riecht, weil es giftig ist, weil die Dämpfe vielleicht giftig sind. Um es ganz klar zu sagen, Terpentin riecht nicht vielleicht zu doll, sondern ganz bestimmt. Und es ist auch nicht vielleicht giftig, sondern ganz bestimmt. Sascha basht mich und meine Videos nun schon seit vielen Jahren, was ich aus verschiedenen Gründen bislang öffentlich nicht kommentiert habe. Aber mich bzw. eines meiner Videos nun als Aufhänger zu nehmen, um ein durchaus gesundheitsgefährdendes Produkt ausdrücklich der Community zu empfehlen und dabei die Sicherheitshinweise leise in einen Nebensatz zu verpacken, das ist neu und aus meiner ganz persönlichen Sicht fahrlässig und verantwortungslos. Und ich finde es auch einfach nur seltsam, dass Sascha eine Billigrechnung mit einem völlig anderen Produkt aufstellt, nur um sagen zu können, das ist eigentlich ganz schön Quatsch, was er erzählt. Und damit seine Argumentation auch garantiert passt, werden Bedenken und Sicherheitshinweise zu Terpentin unter den Tisch gekehrt. Aber warum schießt Sascha seit Jahren gegen mich und meine Videos? Nun, los ging's um 2017, als Sascha anfing, kritisch abfällige Kommentare unter TWS-Videos zu posten. Und zwar einfach nur so und ohne, dass es dafür aus meiner Sicht nachvollziehbare Gründe zwischen uns gab. Denn zu dem Zeitpunkt kannten wir uns persönlich gar nicht. Sascha kommentierte dann noch so ein Jahr weiter, erst Anfang 2018 lernten wir uns über einen gemeinsamen Bekannten persönlich kennen. Aus meiner Sicht hatten wir danach ein kollegiales und gutes Verhältnis, ich war sogar zweimal in seinen Videos zu Gast und er drehte ein lobendes Review zu meiner Modular Dungeon Serie. Als Grund, dass Sascha meine Videos kritisiert hatte, erzählte er mir in dieser Zeit, dass er erstens ein wenig neidisch auf den Erfolg des TWS-Kanals war. Außerdem hatte er beim TWS eine kommerzielle Ausrichtung vermutet, da der TWS einer der ersten deutschsprachigen YouTube-Kanäle war, der Kooperationspartner und bezahlte Beiträge hatte. In Anbetracht der mittlerweile kommerziellen Ausrichtung von Saschas Kanal ist das vielleicht Ironie und schwer zu glauben. Und wahrscheinlich wird Sascha all dies auch heute abstreiten, aber ich weiß, was er mir damals gesagt hatte. Klar, als langjähriger Redakteur und Autor habe ich natürlich einen gewissen Erfahrungsvorsprung, wie man Beiträge für Zuschauer gut aufbereitet und präsentiert. Alles andere, wie zum Beispiel mein gesamtes YouTube-Fachwissen, habe ich mir aber erst während der vergangenen Jahre angeeignet. Das hätte Sascha selbstverständlich auch machen können, um mit seinem aktuellen Kanal und auch all seinen ehemaligen Kanälen erfolgreicher durchzustarten. Aber wenn man nach über einem Jahrzehnt auf YouTube nicht mal weiß, dass man keine Infos oder Text in die rechte untere Ecke des Vorschaubildes setzt, weil diese dann stets von der YouTube-Zeitangabe verdeckt werden, bleiben Videos und Kanäle halt hinter ihren Möglichkeiten zurück. Gleiches gilt für die restliche Thumbnail-Gestaltung, die Videobeschreibung, die ersten Sekunden im Video und und und. Dass der TWS relativ erfolgreich ist, dafür kann ich was. Dass der Tabletop-Basement-Kanal weniger erfolgreich ist, liegt allein an Sascha. Aber zurück zum Thema. Im Herbst 2019 fing Sascha erneut an, einige meiner Videos öffentlich zu kritisieren und mir sogar nachts irgendwelche Nachrichten zu schicken, warum und wieso ich dieses oder jenes in dem neuen Video gesagt bzw. gemacht hatte. Ich habe mir dann zwei- oder dreimal die Zeit genommen, Sascha ruhig und sachlich meine Beweggründe zu erklären und mit ihm zu diskutieren. Wirklich geholfen hat es aus meiner Sicht aber nicht, denn irgendwann kam wieder die nächste Kritik. Zwischendurch geschah dann aber Folgendes. Im Januar 2020 veröffentlichte Sascha ein Video, wo er seinem Ärger über DHL, Hermes und anderen Versanddienstleistern Luft machte. Von alle Versanddienstleister da draußen, wir müssen reden. Dieses Video teilte jemand aus seinem Team auf Facebook in der u-crowd-Gruppe, in der ich Admin war. Da damals dort nur Videos mit direktem Tabletop-Bezug geteilt werden sollten, schrieb ich Saschas Teammitglied an und bat um Löschung, da Sascha ja selbst zu Beginn gesagt hatte, dass dieses Video keinen Tabletop-Bezug hatte. Ja, heute geht es mal nicht direkt um Tabletop, es hat indirekt schon was damit zu tun. Also für alle, die jetzt extrem Tabletop-Content erwarten, ich muss euch leider enttäuschen. Postwenden bekam ich direkt von Sascha Antwort mit dem barschen Hinweis, ich solle doch endlich mal Gruppenregeln verfassen. Denn sonst wäre ja seiner Meinung nach nicht klar, welche Inhalte in der u-crowd-Gruppe gepostet werden dürfen und welche nicht. Also verfasste ich Gruppenregeln, stimmte sie mit dem zweiten Gruppenadmin ab und veröffentlichte sie Anfang Februar 2020. Und vermutete schon, dass Sascha auch dann wieder nach dem berühmten Haar in der Suppe suchen würde. Und genau so passierte es auch. Und er stritt sich obendrein darüber auch noch öffentlich mit einem anderen Gruppenmitglied. Als Admin ging ich dann dazwischen und schrieb Sascha öffentlich, dass wir ja wohl beide wüssten, warum es überhaupt Gruppenregeln gibt und ich damit ja nur seiner Forderungen nachgekommen bin. Er stritt ab, die Regeln gefordert zu haben, worauf ich einen Screenshot aus dem privaten Chatverlauf postete, der genau den Satz mit seiner Forderung enthielt. Sascha schrieb mich daraufhin privat an und wurde etwas ausfallend. Ich machte davon einen Screenshot, um ihm öffentlich in der Gruppe meine Antwort und ein »Es reicht« zu schreiben. In der Hoffnung, dass er sich dadurch endlich beruhigt und um diese unsinnige Auseinandersetzung zu beenden. Aber Sascha machte weiter, selbst nach erneuter Androhung, ihn bei weiteren Pöbeleien aus der Gruppe zu werfen. Und weil er nicht aufhörte, warf ich ihn letztlich aus der Gruppe und erhielt daraufhin rund zwei Tage lang etliche Text- und Sprachnachrichten mit verschiedensten Beleidigungen und sogar Drohungen. Und natürlich jede Menge Anrufe, die ich allerdings ignorierte. Denn aus meiner Sicht hatte ich dem, was ich Sascha zuvor öffentlich und auch privat geschrieben hatte, nichts hinzuzufügen. Ich habe keine Ahnung, wo und wem Sascha in den nachfolgenden Wochen seine Sicht der Dinge erzählt hat. Hier und da haben mich nur TWS-Zuschauer auf verschiedene Tabletop-Basement-Videos aufmerksam gemacht, in denen er über mich lästerte oder meine Produkte schlecht machte. Hier, Modular Dungeon, braucht eh keine Sau. Von daher können wir sowas auf jeden Fall gut verwenden. Ja, und jetzt fröhlich drauf los, Herrmann. Ich habe meistens nur den Kopf geschüttelt. Vor allem, wenn Sascha irgendwelche Verschwörungstheorien entwickelte. Am Wochenende ist was passiert und zwar am Samstag ist ein neues Video von TWS hochgeladen worden. Hey, wir hatten Nasspaletten. Na, Mensch, was für ein Zufall. Und hey, genau die Nasspaletten, die ich vorstellen wollte. Hmm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn mal ehrlich, ist die Idee eines Nasspaletten-Reviews so außergewöhnlich? Zum Kopfschütteln war es für mich auch immer dann, wenn Sascha meine TWS-Videos kritisierte und dabei nur nicht genau zugehört oder hingeschaut hatte. Dann kam ganz überraschenderweise ein anderer YouTube-Kanal auf die Idee, doch mal das Thema Nasspaletten anzugehen. Ich muss jetzt mal auf das andere Video kurz hinweisen. Und zwar hat dieser YouTube-Kanal damals ja auch die Nasspaletten vorgestellt. Und dort auf dem Kanal war es relativ wichtig zu erwähnen, dass dort aus den Paletten Wasser rausläuft oder nicht rausläuft. Den Punkt, dass hier Wasser rausläuft oder nicht, finde ich völlig ein Quatsch, weil das brauchen wir nicht. Weil es fährt keiner mit einer vorbereiteten kompletten Nasspaletten zu seinem Kumpel, um dort zu malen. Stimmt, macht natürlich keiner, aber ich hatte im Video ja auch gesagt. Als erstes möchte ich testen, wie gut die Nasspaletten schließen, sprich, wie viel Luft hineinkommt, wenn man die Farben mal ein paar Stunden oder Tage aufheben möchte. Hierzu fülle ich etwas Wasser in die jeweiligen Nasspalettenboxen, verschließe sie fest und schaue, ob das Wasser herauslaufen kann. Hätte man durchaus verstehen können, denke ich. Im April 2020 hatte ich dann ein Video über Ölfarben gemacht, unter dem Sascha Postwenden kommentierte und es massiv kritisierte, wie er selbst einige Tage später in diesem Video ausführte. Ich habe derzeit mal wieder Probleme mit Michael Martin von TWS. Er hat ein Video mit Ölfarben gepostet. Dort haben wir verschiedene Fehler entdeckt. Ich habe es in die Kommentare gepostet. Ja, es klang vielleicht etwas arrogant. Und es wurden wieder die Links gepostet, wo ich in der Youkraut-Gruppe angeblich total ausgeflippt wäre und ihn ja voll angepöbelt hätte. Der Grund, dass ich auf den Vorfall in der Youkraut-Gruppe verlinkte, war die explizite Frage eines Zuschauers, der sich über den Tonfall zwischen Sascha und mir in den Kommentaren gewundert hatte. Ich betone das jetzt extra nochmal. Er hat private Nachrichten, die ich ihm geschrieben habe, hat er öffentlich in dieser Gruppe gepostet, hat mich dann aus dieser Gruppe entfernt und ich konnte einfach nicht mehr darauf reagieren. Diese Kommentare oder Postings stehen dort immer noch und er verweist jetzt immer wieder auf diese Diskussion. Und ja, ich hatte, wie vorhin gesagt, zwei Passagen aus dem privaten Chatverlauf von Sascha und mir veröffentlicht. Das hätte ich nicht tun dürfen, da dies gegen Saschas Persönlichkeitsrecht verstieß. Zur Löschung dieser Passagen gleich mehr. Das ist genau das gleiche, was er damals gemacht hat mit NerdX und das zeigt mir wieder, was für ein absolut falscher Mensch dieser Mensch ist. Hier erst mal ein kleiner Einschub zum Thema bzw. der Firma NerdX von Michael Skoronek. Dieser hatte 2017 eine Kickstarter-Kampagne für ein Tabletop-Zubehör gestartet und es letztlich nie an seine rund 150 Unterstützer ausgeliefert. Sascha war damals in die Produktion des Kampagnenvideos involviert, hatte selbst einiges bei NerdX produzieren lassen, Skoronek-Produkte in YouTube-Videos vorgestellt, Interviews geführt und hatte auf einer Hamburger Taktika sogar einen Messeplatz am NerdX-Stand bzw. den Nachfolgefirmen Würfelmanufaktur und The System bekommen. Auch von diesen Nachfolgefirmen erhielten übrigens einige Kunden nie ihre bestellte Ware oder eine Rückerstattung, wie man unter anderem in verschiedenen Facebook-Gruppen oder in den Firmenbewertungen nachlesen kann. Und ja, wenn jemand im Netz nach diesen Firmen gefragt hatte oder eine Empfehlung für die Produktion individueller Würfel suchte, habe ich vor diesen Firmen gewarnt und als Beleg den Link zu besagter Kickstarter-Kampagne gepostet. Dass dies Sascha, der zum Firmeninhaber offensichtlich ein gutes Verhältnis hatte, nicht gefiel, ist wenig verwunderlich. Auch wenn Sascha von sich behauptet, ich bin halt so ein Gerechtigkeits-Fanatiker, ich lass das mal so stehen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Denn zu Saschas Posting in der YouCrowd-Gruppe erhielt ich vom zweiten Gruppenadmin am 28. April 2020 die Nachricht, dass Sascha ihn angeschrieben und die Löschung all seiner Postings gefordert hatte. Sascha behauptete in der Nachricht auch, er hätte keine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Dennoch erhielt ich am selben Tag von ihm eine SMS mit ebenfalls der Aufforderung, seine Postings zu löschen und die Androhung von Rechtsmitteln. Saschas Forderung habe ich dann umgehend entsprochen und all seine Postings gelöscht. Meine Postings und Antworten, die ich hier als Screenshots gezeigt habe, sind daher teils auch nicht mehr in der YouCrowd-Gruppe nachzulesen. Michael Martin einfach sämtliche Erklärungsposts einfach immer löscht und blockiert. Aber das kennen wir inzwischen, das macht er ja nicht zum ersten Mal, das ist ja inzwischen eine Masche von ihm. Und ja, ich lösche auch Kommentare, blende unfreundliche Leute auf YouTube aus und blockiere Menschen auf Facebook, die mich dort nerven. Denn ich begegne jedem Menschen im Internet nach meinem Gefühl mit Freundlichkeit und Respekt. Vor allem, wenn jemand etwas nicht genau weiß oder kann oder gar etwas falsch gemacht hat, behandle ich ihn nicht von oben herab. Diese Art des Umgangs erwarte ich auch mir gegenüber. Von daher, wenn jemand irgendeinen unfreundlichen Kram auf YouTube postet, schaue ich, was derjenige bislang so bei mir gepostet hat und ob er oder ich vielleicht nur einen schlechten Tag haben. Aber falls nicht und das sein genereller Stil oder sein erstes Posting unter meinen Videos ist, sorry, denjenigen möchte ich nicht weiter beachten müssen und blende ihn entsprechend aus. Denn kein Troll hat das verfassungsmäßige Recht, beachtet zu werden. Von daher ist für mich das Thema jetzt auch grundlegend für mich beendet. Ich hatte damals schon gesagt, ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. So, und wer nun nach Saschas Aussage dachte, die Sache wäre erledigt, der hat sich natürlich geirrt. Neben gelegentlichen Sticheleien in Saschas Videos gegen meine Produkte und SMS-Nachrichten mit vagen Drohungen und Beschimpfungen trat Sascha ab 2021 dann an mindestens vier Kooperationspartner von mir heran. Jeweils von sich aus und nicht, weil man gerade auf einer Convention oder so nett am Plaudern war. Hierbei ging es Sascha stets darum, mich durch vage Andeutung zu diskreditieren oder eine Kooperation abzulehnen, weil ja bereits mit mir zusammengearbeitet wird. Dieses Vorgehen von Sascha haben mir mündlich vier Kooperationspartner geschildert, von einem habe ich auch einen schriftlichen Beleg mit Saschas Kontaktaufnahme bekommen. Zeugen und Beweise gibt es also. Mit Blick auf Reichweite und Art der Präsentationen auf meinem und Saschas Kanal konnten die Kooperationspartner Saschas Absage, sagen wir mal, durchaus verschmerzen. Der vorläufige Abschluss in dieser langen Liste ist Saschas Video zu Washes aus Ölfarben. Übrigens, dass ich erst jetzt darauf reagiere, hat zwei Gründe. Erstens wurde kurz nach Videoveröffentlichung in Saschas Räumlichkeiten eingebrochen und ich wollte mir nicht nachsagen lassen, in so einer Situation noch nachzutreten. Anschließend wollte ich mir nicht nachsagen lassen, ich hätte die Vorbestellphase zu seinem übersetzten Operation Squad Regelbuch irgendwie negativ beeinflusst. Wenn, dann macht er das ja auch selbst mit seiner üblichen Negativität und Bashing gegen andere Spieler und Spielsysteme. Nur um so seine eigenen Produkte hervorzuheben. Und damit möchte ich nun auch schließen, denn mehr gibt es von meiner Seite aus zu Sascha Sprenz und seinen Vorwürfen gegen mich nicht zu sagen. Natürlich vermute ich, dass Sascha so wie bisher weitermachen wird. Aber wen ab sofort die Hintergründe oder meine Darstellung interessieren, der kann sich nun dieses Video anschauen und damit eine zweite Sichtweise kennenlernen. Wir sehen uns nächsten Freitag zu positiveren Themen wieder und bitte, haltet den Kommentarbereich sauber, denn Trolle soll man bekanntlich nicht füttern. Bis dann!